Musik So, bin mal gespannt, was er dazu sagt. Papa, Papa! Hier sind die Sachen, die du wolltest. So, ich denke doch. Aber ich habe eine Schlägerei mit dem Kunisch gehabt. Als ich Kunisch um Geld fragte, fing er eine Prügelei an. Dieser Bastard. Aber du siehst in Ordnung aus. Was? Hast du es ihm gezeigt? Mir geht es gut, aber Geld hat er mir nicht gegeben. Ach, dann spielt keine Rolle. Ich kläre das am Abend. Jetzt habe ich dafür keine Zeit. Aber ich brauche doch das Geld. Aber ohne Kunischs Geld kann ich die Sachen nicht kaufen, die du wolltest. Hier ist Geld für die Holzkohle und das Bier. Ich hole es mir heute Abend von dem Bastard zurück. So. Na gut, dann machen wir es halt auf diesem Weg. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell zur Mama und lassen uns verarzten. Mal schön ein Bärchenpflaster auf die Packe kleben. Hallo, Mama. Ähm. Da fehlt eine kleine Dialogzeile. Wir weinen wie ein Kind und zeig her. Ich habe nicht geweint. Na bitte. So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Ich habe eine Zwiebel im Auge. Danke, Mutter. So. Ah, okay. Jetzt geht auch meine Gesundheit wieder nach oben. Sehr schön. Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen. So, was machen wir jetzt? Können wir jetzt erstmal die Holzkohle kaufen, würde ich sagen. Dann müssen wir auch noch ein paar andere Sachen machen. Ähm. Ah, warte mal. Wir gehen erstmal hier hoch. Das war ja hier oben, glaube ich, oder? Ja. Laut dem Marker gibt es die Parierstange hier oben. Gucken wir mal. Ey, die Burg, die sieht so geil aus. So ein geiles Ding. Echt. Oh. Guten Tag. Janek. Ähm. Jaroslav. Janek. Wen nehmen wir ihn? Mit wem reden wir ihn jetzt? Wir nehmen ihn hier. Komm. Hallo, Janek. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen? Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kannst kaum erwarten, das schwer zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Okay, äh, die kennen mich. Ja, sei still und geht das her. Sonst reiße ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Das ist so schön, dass die hier so alle so miteinander bekannt sind. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Was? Na, dann schauen wir mal. So, Parierstange haben wir. Einwandfrei. Du hast gelernt, Recht und Ordnung. Ja, wahrscheinlich wegen den zwei Wachen da jetzt. Gut, also die Codex-Einträge scheinen sich ja dann immer so ein bisschen zu erweitern, wenn wir wieder irgendwas Neues sehen oder mit jemandem sprechen. Das wird eine Never-Ending-Story, habe ich so das Gefühl, mit dem Vorlesen dann von den Codex-Einträgen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Hier gibt es einen Pranger. Da könnten wir doch den Kunisch mal dran binden, oder? Da hätte ich Bock drauf. Hm. Wie kriegen wir den Kunisch jetzt hier da dran? Verdammt. Naja. So, hier ist die Kohle. Das heißt, das ist nur der Helfer des Köhlers. Okay, guten Tag. Wie geht's? Danke, gut. Ich möchte mit dir um Kohle handeln. So. Äh, Kohle. 50 Kohle hat er. Aber, äh, warte mal. Ich, wie viel Kohle brauche ich eigentlich? Scheiße. Ähm. Hat mein Vater gesagt, wie viel Kohle ich holen soll? Eine, zwei, drei. Shit. Pufft sich wohl nicht, oder? Ähm. Shit, nee. Wir gucken noch mal kurz in die Quest. Vielleicht steht's da drin. Ganz kleinen Moment, bitte. Ich muss mal kurz auf die Einkaufsliste gucken. So. Was haben wir denn hier? Äh, kauf einen Sack Kohle auf dem Markt. Äh, zehn. Okay, also zehn Stück brauchen wir. Sehr schön. Nochmal. So. Also. Zehn Stück hätte ich gern, bitte. Zehnmal Kohle. Jawohl. Jawohl. So. Und, äh, Warenkorb prüfen in den Warenkorb-Info. Ach, das läuft hier wie auf, äh, äh, Amazon, glaube ich. Da oben. In den Warenkorb. Hier können wir noch Sachen verkaufen, wenn wir wollen. Aber das behalte ich lieber alles. So. Warenkorb. Jetzt können wir Handel abschließen oder feilschen. Wir feilschen mal. Nur um es zu testen. Reden wir über den Preis. Genau. Ja? Falschen. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen falschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest mit Steuerkreuz hoch und runter und bestätige mit A. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot, lehnt er ab, unterbreitet dir ihr Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Äh, letztes Angebot des Händlers, aktuelles Angebot, letztes Angebot, das der Händler abgelehnt hat. Ach du Scheiße. Mein Geld. Okay, das ist, äh. Oh, warte mal, hier gibt es auch noch eine zweite Seite wohl. Äh, wie komme ich da jetzt hin? Ah so. Lässt sich der Regler weder in die eine noch in die andere Richtung bewegen, bedeutet, dass das entweder dir oder dem Händler das Geld an Geld mangelt. Okay. Äh, was ist das da unten? Das Händlersymbol unter dem Balken zeigt an, wie nah du diesem Punkt bist. Was für ein Punkt? Ach so, dass der Geduldsfaden reißt und er bricht den Handel ab. Okay. Je goldener der Hintergrund ist, desto mehr neigt der Händler dazu, den Handel abzubrechen. Jeder erfolglose Fehlversuch senkt den Ruf bei dem Händler. Oh shit, okay. Das ist natürlich weniger praktisch. Ähm, das heißt, wir sollten 5 Villa auf jeden Fall haben. Dann gehen wir mal auf, ähm, was machen wir denn mal? 4,5er, oder? Ja, 4 ist zu krass. Ne, 4 ist zu krass, oder? Sind wir uns einig? Wohl nicht. Ein schlechtes Angebot. Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Äh, er geht auf 4,6. Äh, das Ding ist schon fast golden. Ich glaube, wir sollten lieber zuschlagen, bevor er uns, äh, ja. Wir nehmen das mal. Angebot unterbreiten. Na gut, einverstanden. Wir haben die Kohle gekauft. Sehr schön. So. Kauf einen Sack Kohle auf dem Markt. Prima. Aufgabe abgeschlossen. Hier war die Kneipe, oder? Ja. Was jetzt? Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Siegesmord hat losgetan. Was getan werden musste. Ach, wirklich? Er musste den König entführen. Musste sein fetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tartaren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wehten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer, ach so geliebter Wenzel, noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist ein feindlich gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ah, das sind meine Kumpel. Der Deutsche labert nur scheiße. Der Deutsche labert nur scheiße. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich der Vereine... Für Ordnung sorgen. Mach, mach, mach. Geil. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie... Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reistag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Siegismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Siegismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werte Herr Deutsch. Das ist doch sinnlos. Werte Herr Deutsch. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Huf in der Relektion, da sind wir uns einig. Oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandfall enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich hab ne bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon. Den neben seinem wunderschönen, frischgekalkten Haus. Oh ne, oder? Wir sollten das mal anstreichen. Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber, das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte für heute gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dump zu schmeißen nutze ich ja nicht den ganzen Tag. Das geht doch nicht gut aus. Es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Äh, ja, ja. Bist du dabei? Oh je. Bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Das sind meine Kumpels. Aber das gibt bestimmt Ärger. Das gibt bestimmt richtig Ärger. Ich bin dabei. Ich bin sowas von dabei. Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's. Begib dich mit deinen Freunden zum Haus des Deutschen. Gut. Amtländisches Schisma. Aufgabe, begib dich mit deinen Freunden zum Haus. Okay, beendet. So. Was machen wir jetzt? Äh. Was? Was? Wo sind wir denn hier? Äh. Fritz Matthäus? Hallo? Hallo? Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte. Wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenkel. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Könnte dazu werden. Heinrich, entlock sie irgendwie weg. Warum ich? Ja genau, warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Stimmt. Das ist ein Einwand. Hihihi. Äh, äh. Okay. Und wie mache ich das jetzt? Da ist der Misthaufen. Und da sitzt die Gattin und häkelt. Äh, stickt. Wie auch immer. Was willst du, Junge? Warum sticken die immer alle? Ja, ich glaube, ich verpitz mal den Deutschen. Ich kam gerade im Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Oh, ups. Was bringt? Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn. Nun, dass Siegesmund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott allmächtiger, dieser Narr. Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Oh je. Okay, das haben wir geschafft. Das ist schon mal sehr schön. Okay, die Olle rennt weg. Wo ist jetzt noch der Sohn? Ist das von Wichtigkeit oder... Was haben wir denn hier jetzt so? Warte mal. Wie wird das? Hä? Ähm... Wie ist denn... Wo ist denn diese Quest? Gibt es da keine Quest dazu? Ne, scheinbar nicht. Ist nur unsere normale. Mit dem Schwerpampf-Training und dem Bier kaufen. Okay. Na gut. Los geht's. Oh, die ganze Fliegen. Bäh. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Dribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen, macht einfach Spaß! Der Fritz. Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Alter, ich schwöre, das gibt gleich Ärger. Was ist für Siegesmund? Wuhu! Fresst scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Wer bist denn du jetzt? Hey Hans! Siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus neuen Anstrich! Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Siegesmund erzählt hat. Ah, das ist der Sohn? Okay. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesem dreckigen Deutschling Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Schon ein bisschen, äh... Schon ein bisschen rassistisch jetzt, oder? Den Deutschen gegenüber? Wie immer. So, jetzt gibt's, glaube ich, wieder auf die Zähne. Aber wir sind zur vierten, die nur zu dritt. Sollte ja jetzt eigentlich mal... Bam! 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 Yes! Uhlala! 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 Komm, zwei gehen noch. Okay, der kniet ab. Der hat keinen Bock mehr. Erstmal wieder Ausdauer aufladen. Okay, von hinten angreifen geht nicht. Hallo! Einmal rund drehen, bitte. Boom! Was? Flieh vor dem Büttel. Werden uns jetzt verpetzt hier? Oh, nee. Okay, Beine in die Hand und ab geht er, der Peter. Beziehungsweise der Heinrich. Äh, da steht ne Wache. Manchmal musst du rasch zu einem bestimmten Wegpunkt und wenn Heinrich bereits an diesem Ort war, ist es nicht notwendig, die Reise noch einmal anzutreten. Auf der Karte siehst du alle Orte, an denen du mittels Schnellreise gelangen kannst. Wähle einfach aus, wohin du reisen willst und bestätige. Äh, du hast entdeckt Schnellreiseort. Okay. Schau mal, ich will jetzt aber erstmal hier vor den Soldaten fliehen. Wo, wie, wie, wie komme ich denn jetzt hier weg? Hier schnell übers Zäunchen? Ach ne, brauche ich gar nicht. Und dann ab durch die Mitte, würde ich sagen. Äh, komme ich hier drüber? Hallo? Ja. Okay. Was ist denn das? China-Stall oder was? Ja. So, mal hier hinten lang schleichen. Auf das ich nicht gesehen werde. Guten Tag. Ich, äh, bin nur auf der Durchreise hier. Das sind zwei Chinesen, oder was? Hier unten in der, in seinem rechten Knie sind ein bisschen, äh, Texturfehler. Aber, bei so einer Art von Spiel ist mir die Grafik, solange es nicht allzu krass wird, relativ wurscht. Allein der Umfang von dem Spiel hier ist so heftig. Da kann man über so kleine Fehler ruhig mal wegsehen. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Bierchen holen. Grüß dich, Heinrich. Äh, hallo? Wer bist du denn? Ah, das ist Bianca. Okay. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ist die blind? Ja, du natürlich. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Ach du, da fällt mir noch so ein bisschen was ein. Aber, äh, ich brauche jetzt erstmal... Ja, genau. Ein Krug, wie immer? Jawohl. Ein Kalten aus dem Keller. Ach, aber natürlich. Sehr schön. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Aha. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kannst kaum erwarten. Etwas langes, warmes. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Alter, was ist denn das für ein Gespräch? Dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Waniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Nee, das ist doch mein Schwertkampfmeister, glaube ich, oder? Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Warum denken das alle? Du klingst ja schon wie Vater. Genau. Ich freue mich. Was? 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 Was für ein Schnaps? Ganz sicher sogar. Ey, was? Dreimal Retterschnaps? Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen, von Quests, wenn du schläfst und wenn du das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Das ist jedoch ein stark alkoholisches Getränk. Du kannst maximal drei selbst gespeichern... Alter, ich krieg das nicht gebacken mit dem Lesen. Die sind einfach zu schnell. Okay, also, Retterschnaps sind so wie Speichercoins anscheinend. Grüß dich, Heinrich. Hallöchen. Was ist denn mit den Weibern hier los? Äh, was hat der mit denen gemacht, bevor wir hier mit dem Spiel angefangen haben? Und warum grüßen mich immer nur die Mädels? Also. Hm. So, jetzt mal schnell zum Herrn Papa. Und das Bier abgeliefert. Oh Gott. Hallo. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, eigentlich schon. Ey, was? Wie noch nicht? Muss los mit dem Schwert üben? Hä? 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 Ich hab doch alles. Noch nicht. Ich arbeite daran. Und wie lange dauert das noch? Leg einen Zahn zu. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Willst du, dass ich vor Herrn Ratzig wie ein Tölpel dastehe? Nein, Vater. Ich bin bald zurück. Was fehlt denn jetzt noch? Ich hab die Kohle. Ich hab die Parierstange. Ja, Herr Drödle nicht. So, mal kurz gucken. Gibt dich zum Schwertkampftraining? Optional trifft dich mit den Jungs bei Kunesch. Muss ich das vorher abschließen oder was? Muss ich die Sachen, bevor ich mit meinem Vater rede, abschließen oder was? Die Frage ist, wo war denn jetzt nochmal das Haus von Kunesch? Das mit der Karte ist noch nicht so meins. Hier ist der Kunesch. Ja, und wo sind die Jungs? Hallo? Muss ich dem jetzt hier nochmal eine mitgeben, oder was? Und da fehlt wieder eine Dialogzeile. Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem alten ausrichten. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Hm. Wo sind denn jetzt die Jungs? Die sind doch vorhin auch alle stiften gegangen. Verdammte Hacke. Schon wieder gegrüßt von so einem Mädel. Was ist denn hier los? Ist das hier der Frauenversteher oder der Kopfverdreher? So, wo sind wir hier? Einmal Hüpf. Oh, fetter Misthaufen hier. Oh, guck mal. Wir sind am Kohl jäten. Was macht er? Das sieht allein hier die Texturen von dem Rad sehen schon geil aus. Ein bisschen verranzt. Geil. Geil. Und der Betrieb hier. Was ist da? Ne, da ist nichts. Auch nichts. Da oben ist. Jetzt warten wir gerade. Äh. Unerwarteter Besuch. Ein Schleckkampftraining. So. Kann ich hier? Ähm. Hallo? Hallo? Okay, so mache ich die Jungschen Schlamassel. Ähm. Kann ich hier keinen Marker setzen? Mein Marker sitzt noch da vorne. Hä? Es klopft ein, aus, zeigen, Info. Ähm. Was? Okay, so kann ich die Info an und aus machen. So sehe ich die Karte wieder. Wieso kann ich denn jetzt hier keinen Marker setzen? Was für ein Kack. Okay. Ja gut, jeder Marker sitzt noch, dann, weiß ich nicht. Gehe ich einfach zum Marker und noch ein Stück weiter. Ja, wir versuchen es mal. Äh. Die Richtung. Ja. Ich will nicht, dass die da vorne ist. Das ist doch gut, die Karte. Ja. 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 Ich will nicht, dass die Karte ist, 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 dass